wir haben hier eine der größten mangrove bäume glaube ich mein spaß ich weiß es gar nicht aber wir haben trotzdem ein riesen mangrove bau der muss trotzdem weg und wir müssen das ganze ab farmen dann müssen wir mal gucken wir können das so machen wir können jetzt hier auf fliegen das gut dann können wir nämlich von oben mal und hier runter graben das ist schon lustig wie der hier gewachsen ist so und hier sind so viel das ist ja hier für ein kreuz und quer also das ist schon ätzend diese bäume hier zu farmen aber dafür dass wir dieses holz haben wollen müssen wir halt einiges dafür tun zack zack so hier gucken wir jetzt noch mal grad 6 7 5 4 3 ist das das hier ne da ist noch was da ist noch was und da ist noch was 7 7 7 7 7 7 also wenn ihr irgendwo seht 7 also quasi da hoch dann ist das das indiz dafür dass wir dass wir da auf jeden fall noch mal hin müssen unser inventory ist wieder voll wir können wegschmeißen gar nichts eigentlich das ist eigentlich zu schade wenn wir das wegschmeißen machen wir kurz das hier aus die können wir wegschmeißen also darüber schmeißen wird es doch noch im regnen was soll das hier das kann doch nicht sein also die ersten 64 werden tatsächlich auch nochmal in die kiste kommen hier dass wir quasi auch immer einen baum als backup haben weil backup bäume sind nicht schlecht da ist auch noch einer können wir wieder mit f3 gucken ob hier irgendwelche sachen da sind aber ich glaube das war's dieser ist nicht so groß dieser ist nicht so groß der regen ist doch jetzt sind wir mit den 37 fps was kann das denn hier sein du doch wir an genau nicht schlafen weil es nicht gewittert da haben sogar zwei betten jetzt hier stehen nicht schlecht müssen wir uns nachher eins mitnehmen so gehen wir wieder her ins trockene in den baum das nicht schlecht das ist nicht schlecht denn sie weg sind so als geben wir noch mal gucken da ist noch was auf jeden fall da habe ich genau gesehen distance 1 ja dann ist da auf jeden fall auch noch einer distance 7 distance 5 ja das wollte ich zwar nicht aber gut da da nö 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 n Distanz 7 Sehr schön Distanz 7 Wunderschön Wunderwunderwunderschön Jetzt haben wir schon wieder 44 Also wir hatten quasi 50 Bevor wir die Da reingesetzt haben Jetzt haben wir schon wieder fast 50 46 Gut den müssen wir wegsetzen Das ist zu eng Das sehe ich auch so Aber ich liege auch schon wieder so viele rum Der kann wachsen, das ist gut Der kann wachsen, der kann wachsen So was haben wir jetzt? 51 Also wir haben jetzt schon wieder so viele wie vorher Und noch ewig viele Bäume Die wir dann tatsächlich Noch Dahinsetzen müssen Also die wir da abbauen müssen Du musst du auch so groß wachsen Musst du auch so groß wachsen Also das ist ja hier Gehen wir den schönsten Skinshot hin So wahrscheinlich Na da gehen wir jetzt erstmal hier auch hoch Hier haben wir Jump Boost Ja mit Jump Boost Taster wir sowieso So So Äh so 5 2 Wo soll der sein? 7 7 4 4 Da ist auch noch einer 4 Ja das Schöne ist ja Dass die sich über Blätter Übertragen 7 7 7 7 7 Hoch Ja das ist schön Das ist schön Das ist schön Das ist schön 53 Nicht schlecht Also das ist noch ein bisschen anstrengend Ich glaube erstmal bin ich heute alles Wir werden jetzt hier diese Bäume noch Quasi Fällen und mitnehmen Hallo Und dann sehen wir mal wie weit wir kommen Dann werden wir nochmal ein bisschen in die Bauphase gehen Das haben wir lange nicht mehr gemacht 5 Zack 5 4 1 Ja gut bei 1 ist klar Dass es direkt daneben ist 7 6 7 7 6 5 Also das sind dann tatsächlich hier die Bäume wahrscheinlich Aua 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 Das müssen wir das umarmen Zack Hm genau hier können wir hochgehen Level Das sind 7 5 Wenn ich hier da irgendwo ein Level das sind 7 7 7 7 7 Umbau wo man hinguckt 7 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 wunderschön das sind aber viele probelgues 60 stück 60 stücke mitschlafen gehen ich hoffe doch mal das ist hier auch 7 alles gut dann kann der weg dann können wir jetzt immer kurz den klein ach warte mal das wird doof 7 sollte er gar nicht abgebaut werden immer zu kommen auch immerhin an mooskarpets so jetzt ist gleich nacht jetzt gemütlich schlafen gehen da guck mal wenn die schlafen gehen können dann können die auf jeden fall auch ein paar dinge machen das heißt wir müssen immer ein bisschen warten dass die schlafen gehen da gucken wir jetzt auch gleich direkt weg oh ist das schön hier schnell die poppy ghouls einsammeln haben wir schon oh wir haben unseren ersten stack an poppy ghouls da müssen wir den schon mal weg saven also der wird jetzt weggesavet und alles was wir so haben nehmen wir erstmal mit und das heißt den ersten stack hier rein wo das ist schön jetzt gucken wir mal was wir rauskriegen gehört natürlich werde ich noch mal ein paar vereinzelte erstmal hier hinten setzen dass die da hätte auch ein verboten setzen naja gut nächstes mal sind wir schlauer nächste mal sind wir schlauer da können wir das machen 1 2 4 aber da oben wahrscheinlich dort oben wahrscheinlich 6 4 7 7 7 7 ja blätter habe ich geplatzt dafür braucht man ja nicht brauche man ja auch nicht wenn hier bei 7 sind dann können wir auch runter gehen zack 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 so einmal runtergefallen kaputt gekallt ist gestorben so das heißt wir werden noch ein bisschen action do the farming haben tatsächlich zack ähm wir brauchen trotzdem wir nehmen die schalker box fertig aus hinter da schmeißen wir jetzt alles rein zack zack das akazienholz können wir da reinschmeißen die ganzen sticks können wir da reinschmeißen das können wir da reinschmeißen die muskabels können wir reinschmeißen auch die da reinschmeißen oh da ist noch mal so ein trading lama da gucken wir jetzt noch mal grad rein das machen wir jetzt heute noch hat der irgendwas was wir brauchen tropical fish fire coral block oxeye daisy haben wir alles wünsche ich brauche ich nicht so aber wir können trotzdem das boot machen und setzen euch mal hier rein hallo so dann würde ich auch da reinsetzen wunderbar dankeschön dankeschön für die zwei dinger hier und wir sehen uns in der nächsten folge wieder wenn es dir gefallen lassen oder ein abo ich bin sehr dankbar das bitte nicht vergessen ist kostenlos und wird mir sehr viel weiterhelfen bis zur nächsten folge tschau tschau leute tschau leute